So, neue Runde LoL mit Kev, wir machen mal wieder ein Duo-Cue zusammen, Kev spielt J-Stop und ich spiel Sejuani im Jungle Und sind momentan beide Platin 3, Kev hat jetzt hier sein zweiter Konto ausgepackt 90 Punkte 90 Punkte haste Auf dem zweiten Konto Ja, dann bist du ja vielleicht jetzt sogar Promo Ich glaube ich werde echt Red anfangen Und der Ventilator, oh fuck ist das geil Aber dem Wetter auf jeden Fall nicht verkehrt Für den Wind zu f... Ja, muss man aber auch aufpassen ein bisschen Die wollen ja invaden Ja egal Ich hab mich auch ein bisschen verskillt für ein Invade ehrlich gesagt Ich lass euch mal invaden und guck mal hier Mhm, ok Ja ich war grad ein bisschen verplanet, ich war vom Ventilator abgelenkt, ist ja angenehm Warten ist Leona Ja Komune wird halt Red starten Oh mein Gott Hast du das gesehen? Wie konnte man den Grab verfehlen? Die Morgana hat den gecaged, also gebeindet und er hat den Cage, den Grab verfehlt Ok Top 5 Plays Oh mein Gott, definitiv Also das war auf jeden Fall Top 5 Plays Na jetzt können wir nicht mehr invaden Ey, bloß nicht Weißte Also den hätten wir auf jeden Fall gekriegt Der war gebeindet von der Morgana, oh man ey, bitter Ja Ja man, der fängt das an Blut Wäre ja schonmal gut Warte, die trist Die hat auch einen komischen Namen, die trist einen Wir haben ja nichts benutzt, keine Summoners oder so, also Na Gott sei Dank Lol, Morgana hat geschafft zu stehlen Lol Holy Balls Holy Balls Das ist natürlich echt ne Nummer Oh man Der kann Der kann Auf jeden Nicht schlecht Man muss jetzt auch echt nicht mehr nur den Golem machen, ne? Man muss jetzt echt Golem und nen kleinen machen, ne? Oder Lizard und nen kleinen, um Level 2 zu kommen Ja, ja Also das ist schon richtig krass, diese Auswirkungen da von dem Hab ich nämlich auch schon Gehört Von Cran jetzt Das ist ziemlich hässlich sein so So, ich kann, hat die gewartet oben schon? Ne, die hat noch einen Okay Komm mal direkt hoch Der hat seinen Q raus Ah, die hat gewartet Oder? Dead gewartet Hm Ich weiß nicht Ja Auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Sonst wär sie jetzt aufwie drauf gegangen Anstatt Dick Kann ja noch ein bisschen creep denyen hier Gönn dir Ja, schade Natürlich kacke Hat sie echt 2 Wards mit gehabt, ja Ich dachte, die hätte sich mehr Pots mitgenommen, weißt du Aber die hat sich tatsächlich nur 1 Pot mitgenommen Dafür waren 2 Wards Ich war gerade auf einem anderen TS Gleichzeitig Und habe mich gewundert, warum so viele Leute hier so reden Oh mein Gott Wie erschrocken Kev 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 Kev, ja Kev ist Kev Der richtige Kev Ja, der eine Kev Oh mein Gott WTF Ich konnte gar nicht zuhören Ich bin einfach weil alle zwischendurch geht Boah, schön gemacht vom Varus Richtig schön gesniped, ey Stand die Tristana am Tower und hat er weggesniped Schlecht Sehr schön Sie fällt ja alles gut farmen, ich sag's dir Ja, auf jeden Die hat sowieso schon outfarmt ein bisschen, ne Ok, Monos Gangs werden halt richtig Ja, ich kann halt auch nicht Mitte ganken, Mitte ist gepusht, Bottom ist gepusht Ich glaube, ist gepusht Farmen wir dann einfach ein bisschen Gönn dir Ich bin froh, wenn die Riven mich nicht mit Level 3 instant killt Der Rest ist egal Ja Wenn ich ein bisschen farmen kann, bin ich glücklich in der Lamp ging Wie gesagt, wenn nicht, komm ich nochmal ein bisschen siten oben Boah Okay Richtig gut, oh, ein Damage hier Die Riven Ich könnte mal hinterlaufen Könnt ich versuchen Weißt du, dass ich vom Tribush kommen Ich weiss, was du meinst, ja Da willst du keine Mord drin haben Sie hat ja doch eigentlich Ja, ich kann auf jeden Fall mal Da kann ich auf jeden Fall mal versuchen Ich hab noch Flash Ich hab auch alles ab Boah, sie ist auch So, ich mach mich mal auf den Weg Boah, die geht auch immer rein So, ich komm von hinten Okay Bin drauf Oh Oh mein Gott, jetzt hat sie mich Ne, hat sie nicht, hat sie nicht Siehste, sie hat geflasht Sie hat geflasht Ignited, ich kann nicht rein Oh mein Gott Kommst du da weg Kommst du da weg? Ja, ich kann backquaten Boah shit, ey Heilige Scheiße Heilige Scheiße, die Minions und Okay Boah, hoi, 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 jetzt aber Ich nehm nochmal, snack nochmal die XP wenigstens weg, ne Ja, bitte, bitte Weil, geht sonst eh ganz voll an Heilige Scheiße Das war ganz schön krass Das ist Riven Also die macht ganz schön viel Schaden, ey Na jo Die wurde zwar schon genervt, aber ich find die immer noch sehr sehr stark Ja Also in A glaub ich wird die auch noch Oha Boah Das war aber knapp für die Das war aber Ja, ja Ich hab mir die dann wenigstens ein paar Lastsitz weg, ne Bevor die vom Tower weggenommen werden Ja, gönn, gönn Sehr gut, die Botline reißt da ab Sehr schön Vielleicht werde ich ja gecarried Seid im Unmail Fight Game Das wär natürlich Hammer Ja Also ich konnte auch noch nicht wirklich viel machen, muss ich sagen Also, ja, also gegen Riven werde ich nichts machen können Die wird mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen outfarmen, aber Solange ich sehe nicht viele, bin ich zufrieden Ja Also ich Glaube auch, das ist schon in Ordnung so Solange wir hier einigermaßen gescheit spielen Ja Der Varus, wenn der natürlich mit Also ich weiß auch nicht, warum man eine Leona in den Blitzcrank reinpickt Also Ich glaub nicht, dass das so gescheit war Gerade weil die halt auch besser traden können, weißt du Mhm Wenn der Blitzcrank halt reinzieht Ja Kann der Varus halt permanent Druck machen Du hast, hast du Träne? Ja Ja gut Ich hab Träne ganz drin Also Mitte kann ich auch nicht ganken Die Morgana ist da 24-7 am pushen Ja klar Ich mein, ist Morgana Eine Bälle Weiß noch, wo die immer gebannt war Bis ja auch noch hin Ja, ja, sicher Jedes Mal Ja, die war halt auch echt Sie ist halt auch Was ich an der Morgana so richtig krass finde Ist halt ihr Spell-Shield Das ist schon ziemlich übel Also da muss man echt Angst haben vor Ja, der Dragon ist nicht gewartet Oh, die sind schon Level 6 Huiuiui Und der Ventilator ist geil Also damit geht das eigentlich sogar Bei der Hitze Hier ist ein What? Wir haben was direkt Na fuck Okay, schade Hm Die Frage Kann ich noch hier bleiben? Vielleicht noch was reißen? Heftig Heftig Sehr gut Ja, die Botlane zerstört Good job Ich muss oben weg Ich kriege die Rhythmart Ulti raus Und ich kriege tausende Nachrichten auf einmal Bei Whatsapp What the fuck Haha Ja, also beim nächsten Mal WLAN ist halt für eine Art Also mit internet auch Und dann Springen auf einmal so 10 neue Nachrichten Sozusagen auf Anstatt eine nach der anderen Wie lange Wann fängt eigentlich deine Uni an? Äh, 1. Oktober Oh, das war gar nicht mehr lang Jo, geht ja Ich könnte auch schon am 1. September Wenn ich wollte Das ist dann halt ganz oben Im Ja In Mecklenburg-Vorpommern Oh, okay Aber Ne Ah, ist ja dann doch schon ein Stückchen weg, ne Bis zu dir, oder? Nach Hause Ja, auf jeden Fall Also 8 Stunden oder so Von daher Mal gucken Wie weit ist das jetzt von dir aus? Ähm 3 Stunden Kaiserslautern Findest du dir was lassen? Ja, sicher Müsst du dir eigentlich? Ja, sicher Okay Also wenn das klappt, wenn die zusagen Also ich hab jetzt noch nicht die Zusage von denen Ich hoffe auf die Zusage von denen Oder auf Trier Das wär natürlich auch noch cool Mhm Mhm Boah, die hat schon ein Dings Tiamat Tiamat? Holt man sich da mit Riven? Ja Kann man Ich seh immer Leute Brutalizer und Blutduster bound Ja Nicht einer von Aber es gibt auch Die anderen Oh Uiuiui Die gedrückt ja wahrscheinlich ganz gut Die haben zwei Qs da, die sie mir gedrückt hat So Oh mein Gott, sie ist Stolen Shit Das ist uncool Das ist echt uncool Boah Check meine Damage, das glaubst du nicht Das ist ja Uiuiui Und sie macht ja nicht mehr ihre gesamte Kombo Ich hau sie ja direkt weg Wenns geht Ach nicht Okay, Flashgun Great Boah Ja, ich bin tot Ah, du stirbst auch Krass Oh, ist die heftig, Alter Mein Gott Ist das ein Champion Wolle Ich packst dir den Kopf, ey Das ist schlimmer als Jaycee Oh, die sieht dich Weil da am Wort war Kehlt dich Sind sie, oder? Nein, die versucht's gar nicht Ah, die wird aber öfter Riven spielen Also ich glaub nicht, dass die Ja, klar Ja Ja, sie zerstört mich halt mit ihrer Sehr gut Sehr gut Morgana macht ja, also Ich muss ein bisschen mehr Top gehen Ja, das Problem ist halt, sie kommt jetzt da in die Phase, wo sie direkt Einfach jedes Mal Mit Ulti Wenn wir auch nur poken, ihre Ulti einfach rauszieht Mit Ulti Hat ja keinen Coole an die Scheiße Und die Morgana die jetzt halt killen Eben, eben Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, ey Mundo war bottom Hat der schon den Rap abgemacht von sich? Ich denk mal schon Boah, Riven Level 9 Holy fuck Ah, ich komm mal hoch Gott, jetzt bin ich zu leise Gleich kannst du die abatmen Die hat keine Wards, ne? Also mit Ah fuck, Alter Will nicht, die will Ah, die will Sonst geht's immer all in, ne? Aber jetzt auf einmal Ja, die ist aber echt merkwürdig Der hat keine Wards, der auf jeden Fall läuft Weiß ich aber Weiß auch gar nicht, wie lange die Wards noch hier hält River Die müsste jetzt sogar abgelaufen sein Denk ich Ich stay einfach mal hier oben Also die anderen Lanes laufen eigentlich Normalerweise brauche ich da nicht wirklich hin Kann hier oben bleiben Und ich facecheck mal Ah ne Also wenn sie ihre Q-Comp raus hat Dann könnten wir sie vielleicht killen Boah, ist das Das ist eine Hure Kill sie Boah Krieg ich Sehr schön Sehr cool Einfach mal gecampt ein bisschen Und dann kam sie rein Und bottom zerstört Boah Mega zerstört Das bei nem Gang Und der Mundo, wollt grad sagen Der Mundo war auch noch da Heilige Scheiße Nicht schlecht Was hat man natürlich auch selten das Lane von sich aus zerstört Also so richtig zerstört Das ist ja schon heftig Naja sag ich ja Das ist auch mal gut In einem etwas höheren Elo Oder auch auf niedrigeren Elo Es kann halt natürlich mal vorkommen Oder die die Carrying Guck mal Seju you enjoy waiting in lanes For three min or more Ja 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 was soll ich machen Ist halt mein Job ne Mhm Ja ich mein Es ist halt Riven Sie Hört mich halt theoretisch mit Mundo Von daher Was erwartet sie Ein Gang Ja Ich hol mir mal ne Flas Ja Der Pot muss gegen die alte Watsa Das Gute ist halt dass die Botlane so richtig abreißt Also das ist schon heftig Tristana 72 CS Euros 100 Ja Das ist krass Wir können ja auch gleich hin Drake gehen denke ich Solange die Riven top ist Na ich komm mir ja immer noch trotzdem Ja okay die Morgana ist zu low Ja okay die Morgana ist zu low Lol der Drake ist weg Naja die haben den Dragon gemacht mit Mundo Als hier oben war es wahrscheinlich Naja Ja Ja Ds Not Wunders Oh Magda Oh Gott wie klasse war Ich komm nochmal hoch Naja Ich komm durch den Troybush Hat die wieder keine Ward Sie hat hier ne Ward glaube ich Meine ich Ich hab in 15 Sekunden hab ich wieder Ulti Ich hab auch Flash Ich hab auch alles ab 10 Sekunden Ulti Komm von hinten Boah guck mal Obwohl ich warte noch die Minions Die haut ab Die hat mich gesehen Ah hat dich gesehen Ne Oh Oh sorry Oh fuck Oh jetzt stirbst du wegen mir Ja Ja Fuck ey Ich hätte nicht gedacht Dass der da kommt Ganz ehrlich Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet Oh mein Gott Die anziehe sind zwei Tode Ist ja schon mal ein gutes Zeichen Oh schön Boah der Schild Guck mal das ist halt Der verfickte Schild von Also Alter die ist halt so fucking mobil Weißt du Ja ja klar Sie hat jetzt gleich wieder ihren Cube Pass auf Ah so bescheuert man Dieser Champion ist so nervig ey Ja sie baitet dich Sie baitet dich lasse Achso Der Mundo ist aber wahrscheinlich irgendwo noch Ja klar Der macht schon wieder nen Blue ey Ist halt so krass Ne dieses Schild man Das hat mit AD eskaliert Das ist halt so übel man Ja ja das ist halt das einzige Problem Dadurch kriegt dir halt Schild Power die so unnormal ist Ja vor allem wenn du das dann als zweites machst Dann ist das einfach mal so Vor allem gegen mich jetzt Ey der hat schon wieder den Blue gesteilt man Das ist so nervig Ja die haben wir auch gerne Ja der ist auch immer hier Ja Uri hat jetzt einen glaub ich Ne Dir keinen Ja ihr habt deren gewordet Ihr könnt den theoretisch auch snacken Ja das läuft noch nicht so gut für mich hier das Game Ja für mich läuft das kacke aber ich mein Ja das war aber auch gebaitet von mir da ziemlich Das war ziemlich scheiße Ja passiert Wir wussten ja nicht dass er da Aber auch krass ne das ich hätte nicht gedacht Also ich hätte vielleicht gedacht wenn ich da Go mach auf die Rune Das ich die ziehen kann aber das Schild ey Ja du hättest die auch gekriegt wenn ich ohne Schild Ja sicher Ich hätte auch gekriegt wenn ich Mana gehabt hätte Definitiv Dann wäre die nicht weggekommen Boah die ist Level 11 holy fuck Mh Die Macht hat einfach die ganze Zwei Minion Waves Mit nem Q weg In dem Diamant Ja das ist krass lächerlich Krass Richtig heftig Der Item Wir haben auch keine Ahnung Wann die den gemacht haben den Dragon ne Ich mein gut wir haben halt mit Varus noch einen Parry der gefeadert ist ne Ja eben 5 0 hat der Dann Hat der gewordet Boah die macht ja echt die ganze Wave 1 shit Holy Erstmal ein Schlüppchen Wasser Boah Mutti ist schon so trocken bei der Hitze ey Gott Oh die Riven Die will mich Aber die haben ja nicht gewordet Ey haben die da echt gewordet Mh Ey ohne Scheiß ey Ich hätte ja auf jeden Fall Avalanche spielen sollen Wär um einiges cooler gewesen Komm hier zu nix Der scheiß Mundu macht die ganze Zeit meinen Jungle clear Richtig nervig Das ist ein nerviger Dude ey echt Ich komm zu gar nix ey Ich komm mir so nutzlos vor hier Oh Gott Oh Mann Fuck Aaaaaah Aaaaaah Okay Ok krass Das hat die Morgana gut gemacht Ich denke der Drache kommt gleich Rhythm ist miss Da ist Drache Rhythm ist miss Ganz ehrlich Boah ich kann die jetzt Outtraden mit dem Brutalizer Echt Also jetzt gerade konnte ich Sie hat aber auch alle Spells auf die Medians gewusstet vorher Hättest du nicht vergessen Okay Ja 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 Wenn du einigermaßen zum Farmen kommst ey Der Mundo kommt auch nicht zu viel Also ich habe zwei Assists Der Mundo hat einen Kill Der kommt auch nicht zu viel und Sachen Aber Ja Gut Mal gucken Also meine Ulti Also ich bin glaube ich im Teamfight um einige stärker als der Mundo Allein wegen dem ganzen CC und dem Slow halt Ist halt ziemlich krass Boah sie kann halt auch mit ihrem E Einfach In meinem Q dodgen Boah schluck auf Boah Der Brave Clear Oh Gehör schreibt mir hin Killen bei der Arbeit 36 Grad Boah Ja Auf dem Weichel Boah das ist krass Echt Varus ist huge Aber hier fliegen wir da so komisch Wir haben Drake schon wieder Ey wie können die denn What the fuck man Wir haben doch da ne Ward Was ist das denn für das verbuggte Ward Ich weiß auch nicht Also das kann doch wirklich nicht sein ey Was ist das denn für ne behinderte Ward Die Ward war doch da schon seit Weiß ich nicht 70 Sekunden aktiv Ja Und wir haben nicht gesehen dass die den Dragon machen Ich hab's nicht gesehen Ja Das dachte ich auch Also ich hab keinen von denen gesehen auf dem Minimum Also echt Also die Ward ist ja mal mega verbuggt Mhm Die hat nämlich nur diesen anderen Dings Perfekt Oh good job Ja den kriegst du nicht Holy fuck passt auf passt auf Der kann sein Hier ist wer Blue Oh kriegt Morgana ihren ersten Blue Der Mundo wie der echt überlebt hat mit der Ulti Sehr gut You are welcome Oh Riven Oh sehr schön Oh Team Boah krass Ja der Varos Der carried uns hier Sehr gut Ich freu mich Du Ja ich nicht nur dich ey Ich hab ich mein ich hab auch 3 Assists zwar aber Ja so wird es Ja Der eine Kill oben war eigentlich ganz gut Der Varos ist richtig dick ey Ja Links ist Miss Sehr cool Oh ne die geht auf mich Ja würd ich sagen Bist du ja vielleicht gleich sogar in der Promo ne Das wär ja mal Dann müsste ich sogar überspringen Also wenn ich jetzt Gewinne Ich glaub ich hab hier eine 13er Winstreak auf dem Und Sowas Sehr gut Gegenteil von meinem Main sozusagen gewesen Naja mal gucken Da will ich dann gleich auch noch aufnehmen Nach dem Game hier Wenn wir das schaffen Hm Hm Ja Boah was ist es Der Alte kämmt einfach da oben im Busch drin Weil der Varos kann sich auf jeden Fall schon mal den Reds nicken Wenn wir legen ja Ich müsste kurz flaschen um sicher zu gehen Auch wenn sie ihren W gefehlt hat Aber die hat Ulti Die kann mit Ulti aus dem Busch dann flasche ich lieber Das wird so krass Boah die Tydra alter What the fuck Ja da ist so ein Champion keine Ahnung Der reißt halt einfach alles weg Okay Ja Home Gods Gute nur wenn ich auf Aegis gehe Nehmt Frozen Heart wäre geil gegen die Rhythm auch Ja aber Ja aber Aegis wir brauchen auf jeden Fall Aegis Gerade weil das jetzt auch Solari ist weißt du Mhm Ganz cool eigentlich Frozen Heart Kann ich ja dann immer noch bauen Oder ran nur ins eins von beiden Boah Leona Flash raus Ja ist mein Mund auf Der einfach mal all in geht gegen mich Ja der geht gegen jeden all in also Boah das sagt er aber auch Ja der macht ja nicht schlecht also Man muss schon sagen der macht richtig Damage Ja ich bin down Ja du bist down Boah Boah Was die lassen dich leben Den Dodgers Oh mein Gott die lassen dich leben Shit Also ich hätte gedacht die Rhythm geht Balls deep Und springt Ja klar locker Ich mein die ist full life Holy shit Boah ich will hier so viel Farben Geh top Ich lebe Ich habe Home Guards Gott sei Dank Und auch keine schlechte Investition Boah Boah die darf dich doch nicht Boah was die für ein Damage auf den Turm drückt Die Alte Hat 240 AD Ich bin gleich bei dir Oh nein Oh nein da nicht die Alte Ja die kommt nicht weg Boah der Schilder Boah der Schilder Boah der Schilder Guck mal wie die mich gewohnt haben Hast du echt Riven ist so übel Der Champion alter Ja okay das ist jetzt halt im speziellen Match Aber wenn ich jetzt Gegen was anderes spiele Hm Also wenn ich jetzt Mit Riven gegen Kaon Bloody mir spiele oder so Dann counter ich ihn zwar theoretisch auch Aber dann geht Ey ist der Mund schon will Kann es auch gut anstellen Mein Gott ne Boah der Endzustand mega Boah der Endzustand mega Boah die stehen halt einfach schon Guck mal ey der Varos Am Inner Tyroid Ja krass also Das ist auf jeden Fall richtig hart Boah How to get carried Ja auf die jeden Boah 8-0 Varys alter Wtf Ich mein du bist ja auch nicht schlecht Du hast ja auch ein bisschen Farm immer noch Ja Du hast ja auch 0-0-4 Also geht eigentlich auch noch Ich geh jetzt auch gottseidank den Turm von der alten Ja Hab jetzt auch nicht gefeedet oder so Also Ja das ist great Ja solange ich jetzt nicht irgendwie 1-5 stehe Also ist es Okay Ist zwar nicht schön aber Man kann ja auch nicht jeden jeden Game abreißen Also das ist ja einfach mal so Ich mein Jungle spiele ich nicht oft Dann gegen ne Riven oben ist nicht einfach Ne ne also Die macht das schon gut Also ich zieh meinen Hut vor ihr auch Das ist die geht Die Mitte Hm Dann muss ich aufpassen dass sie nicht hochkommt Mal kurz noch die Länge gepusht Ich hab's nicht bekommen Ups Ja Riven ist wieder oben Hat Coulomb Boots Jetzt entbaut sich ein Felsch Aber was wird das Ja So ich hab jetzt auch mein Locket Der Blitzcrank hat aber auch gut gespielt Also ich hab da mal so ein bisschen drauf geachtet Der hat echt richtig Außer dem Hook am Anfang Ja außer dem Hook am Anfang Aber ansonsten hat er echt gut gespielt Und auch richtig gute Hooks gelandet Ich hab jetzt ein 2 Und die 2 Tore sind von mir Ja einer ist wegen mir Und so einen kannst du auf jeden Fall auf meine Kappe setzen Also definitiv Der eine war echt nicht cool Ja ich mein Es gibt halt auch so Games die wird man halt mal getarriert Und dann freut man sich wie so ein kleines Kind Was einfach gar nichts machen musste Das ist leider Ja also ich sag mal gar nichts machen ist ja auch nicht richtig Also wir haben ja immerhin noch unsere Lanes Immerhin unsere Lanes noch einigermaßen durchgehalten Also du deine und ich Hab nicht gefeedet oder Auch einige Male wenigstens noch einen halbwegs gescheiten Gang machen können Also von daher Ich hoffe nur dass die Blüten nicht noch irgendwie problematisch wird vielleicht dass ich jetzt hier oben bin Aber Mal gucken Drake müsste bald kommen ne Vom Gefühl her Also ich hab's jetzt im Gefühl dass Drake Ja okay Wir haben noch Gold Vision Ja die werden uns wahrscheinlich hochkommen Ey der ist schon wieder weg Was ist das denn für ein komischen Mist Also ich weiß nicht was die machen aber irgendwie ist das echt merkwürdig Der ist einfach mal schon wieder weg krass Wir haben 3 Drakes schon weggegeben Ja das ist natürlich schon Was machen die denn denn Ich verstehe das auch nicht Ich meine dass der gerade erst gespawnt ist Ja auf jeden Fall also was der Blitzcrank da sagt Ey das ist echt heftig Also das stimmt schon Die Drake Control von denen ist echt übel Also das liegt natürlich auch ein bisschen noch mit an mir ne Ja aber ich mein Kann nicht alles haben Die Rhythm ist wahrscheinlich immer noch hier oben Ne Ne Ja die ist bei euch Lol Oh ok noch wer anders Lol Lol Quadra Was hat gesehen ey der hat den einen weggesniped Und den anderen hat er äh Sorry gefestet Ne Ich war oben am pushen Ich war ganz stumpf Lololololol Ne weil die Rhythm bei euch halt war WP Quadraki Hm Geil alter So macht dem Ranking Spaß Einfach nur schön auf der Topdel hängen Bisschen Farm aufholen Gegen die Rhythm Ja Ja der Varos spielt schon echt gut also Muss man sagen Also der hat auch 300 AD ne Der baut halt nicht Blade of the Ring King So wie viele Sondern halt diese Blutdürstler Last Whisper Variante Weißt du Seid schon strong Kommen natürlich die dicken Arrows rein Endlich Weiß nicht kann man da noch was machen Boah Boah Ich bin jetzt dick Oh fuck Ja das war Fail Oh fuck Oh fuck Der Uri Ball ist drauf Boah ist der dick der Varos Boah wie viel Schaden der macht ey heilige Scheiße Boah wie viel Schaden der macht ey heilige Scheiße Das ist echt krass Da wurden wir echt hart gecarried ey Ja Also ich auf jeden Fall Ja ich auch Also ich hab auch nicht gut gespielt Nicht so super gut gespielt Die Morgana war auch richtig gut in der Mitte Also ich hab das ja gesehen Boah Geil Geacet Hauptsache die haben grad irgendwie 2 gegen 5 geacet gefühlt Was für Schack Wollen wir Baron gehen? Wir können Baron gehen ne? Oh theoretisch ja Also ich denke das sind 2 Indips open Die haben so viel Druck Meine ich zumindest Jetzt so vom Gefühl her Wir können ja sehen wenn sie kommen Warte ich hab auch noch ein Mord hier Und jetzt Ja da haben wir Ja da haben wir Geekes Ding Oh Lol Aber ich find's krass dass die den Drake einfach so in der ganze Zeit Die hat den Die hat den Ich hab den nicht smiten können Ich hab ja was smite of cooldown lol Ja das verstehe ich auch nicht Also der Mundo muss da ganz krasse Arbeit geleistet haben ey Einmal richtig krasse Also da verzieh ich meinen Hut Also ich hab Ja auf jeden Fall Da unten stand ja der Ward Ja vor allen Dingen Ja das war aber ein bisschen buggy also Ich glaub nicht dass das ne normale Ward war Hat die Morgana noch nen Blue? Ne Engage die? Die engage Ich bin da Boah Krass dieser wahres Damage Lol Ah fuck alter Uns gereicht Ich hab nen Kill Ich steh positiv So wir können finischen Ja ich steh neutral Und wir haben noch ne positive KD am Ende rausgeholt So wo ist denn Das Problem wenn du Jace pickst Wovor die Geekner-Traveling gefickt haben Ja Der ist halt immer so nen typischen Champion Select Counterpick ins Gesicht geworfen Das klappt halt meistens auch Und du ist noch troll Der troll Der hat doch cool In dem Game ist das glaube ich auch echt egal Ja gut der ist halt gerade in uns reingerannt wie so ein Boss ne Aber ich glaub in dem Game ist das echt so inzwischen egal Ba 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 bum Sehr cool Sehr geil Sehr geil Wenn ich jetzt hier auf Victory klicke Ja 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 Ja